Das Thema für dieses Video ist Gainstaging. Gainstaging heißt, wie laut sind meine Signale an verschiedenen Punkten in der Signalkette. Da kann man einiges falsch machen und es ist wichtig, dass man mit guten Pegeln arbeitet. Wenn wir zu laut sind, dann geht unser Signal kaputt, wird abgeschnitten, wird verzerrt. Wenn wir zu leise sind, dann sind wir zu nah am Rauschen dran und gleichzeitig gibt es Plugins, die nicht gut arbeiten können, wenn sie nicht den richtigen Pegel kriegen. Beispielsweise Plugins, die analoge Geräte emulieren, emulieren natürlich das ganze Verhalten des Geräts mit. Das heißt, wenn diese Geräte nicht mit dem richtigen Pegel angesprochen werden, machen die auch nicht das, was wir von ihnen wollen. Lautstärke gibt es jetzt nicht nur künstlerisch, sodass wir im Mix ein Signal laut haben wollen und ein anderes leise. Es gibt auch eine technische Lautstärke und die muss auch richtig sein. Das hat nichts damit zu tun, wie laut ein Signal danach im Mix klingt, sondern hier geht es wirklich darum, dass wir einen gewissen Bereich treffen mit der Lautstärke unseres Signals, sodass alle Beteiligten Berechnungen richtig durchgeführt werden. Ich zeige ein Beispiel. Wenn ich eine Session zum Mischen kriege, dann sind das viele Spuren. Dann ziehe ich mir die rein. Das sieht dann so aus. Dann kann man hier in der Wellenform natürlich rein und raus zoomen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Information, weil wenn ihr da rein zoomt, könnte man einen falschen Eindruck kriegen, dass die Signale allesamt zu laut aufgenommen wären. Das ist nicht der Fall. Also da dann am besten ganz raus zoomen, damit man erstmal sieht, was wirklich passiert. Dann ist es oft so, dass ein Instrumental auch gebounced wurde, dass man eine Spur mitkriegt, wo der ganze Mix nochmal extra mit drauf ist. Die Spur würde ich jetzt natürlich, das ist die hier, würde ich jetzt erstmal ausschalten. Sonst haben wir alles doppelt. So, und das hier sind jetzt meine Einzelspuren. Wenn ich hier jetzt abspiele, dann sehen wir hier gleich was. Im Masterkanal wird es rot. Es übersteuert. Wir haben zu viel Pegel. Das ist digital nicht empfehlenswert, wenn rote Lichter angehen, weil dann Signal abgeschnitten wird. Die DAWs haben schon meistens noch Headroom. Die haben schon so eine Sicherheitsfunktion noch drin, aber es ist einfach auch eine schlechte Angewohnheit. Also wenn digital rote Lichter angehen und ihr das nicht haben wolltet, dann macht was. Das sollte nur passieren, wenn ihr wisst, was ihr tut. Und was ist hier los? Warum übersteuert das? Ich habe meine Spuren reingezogen, die ich zum Mischen gekriegt habe. Hat der Produzent jetzt was falsch gemacht, der mir die Spuren geschickt hat? Würde ich nicht sagen. Also im Gegenteil. Der hat wahrscheinlich sogar was richtig gemacht. Der hat nämlich alle diese Spuren gut ausgesteuert. Die haben alle einen guten Pegel. Jede für sich betrachtet. Dadurch, dass das so viele sind, addieren die sich und alle gemeinsam sind dann zu laut. Das heißt, der erste Schritt, den ich in so einem Fall mache, ist, dass ich alle Spuren anwähle, die ich bekommen habe und dann ein paar dB nach unten gehe. 6 dB, 7, 8, 10 dB sein. Bis ich hier ein bisschen Luft habe, ein bisschen Spielraum im Master. Weil ich will ja danach auch beim Mischen Spuren lauter machen wieder. Und da brauche ich ein bisschen Platz im Master. Also ein bisschen Headroom können wir hier schon lassen. Ich versuche beim Mischen eher so vorzugehen, dass ich laute Spuren leise mache. Also dass ich nach unten mische. Und die, die zu laut sind, leiser mache. Anstatt die, die zu leise sind, nach oben mache. So vermeide ich, dass ich mich hier immer weiter nach oben mische. Aber es passiert natürlich schon auch, dass man dann mal einen Fader nimmt und den hochmacht im Laufe des Mischens. Wir brauchen auf jeden Fall nach oben ein bisschen Spielraum. Den hätten wir jetzt. Und hier im Master könnten wir dann einen Limiter reinziehen, wenn wir das wollen, der dann ein bisschen vorkomprimiert. Aber wenn wir das nicht machen, würden wir direkt sehen, wenn es hier rot leuchtet. Und wenn wir zu viel Pegel haben. Der Pegel, den ich jetzt hier sehe in den Wave Files, das ist der Pegel, mit dem die Spur exportiert wurde. Bei Vocalaufnahmen oder bei Instrumentalaufnahmen ist das vermutlich auch der Pegel, mit dem aufgenommen wurde. Zumindest ist es der Pegel, mit dem die Spuren für mich exportiert wurden. Das ist also auch der Pegel, mit dem die Spur in den jeweiligen Kanal reingeht. Das ist jetzt sozusagen die technische Lautstärke von diesem Signal. Wenn ich feststelle, dass da eine Spur viel zu leise ist, wie die hier zum Beispiel, und dass ich da ein Plug-in drauf machen möchte, das jetzt einen analogen Kompressor-Sound macht und das Plug-in springt gar nicht wirklich an, weil der Pegel zu niedrig ist, könnte ich hier mit dem Clip-Gain hochziehen und die Spur einfach schon vor den Plug-ins lauter machen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass das allererste Plug-in in meiner Kette, zum Beispiel hier von Studio One, das Mix-Tool ist, mit dem ich auch dann einfach hier Gain dazugeben kann. Dann wird mein Signal eben auch erstmal lauter gemacht, bevor die weiteren Plug-ins kommen. Ich bringe dieses Signal sozusagen auf einen guten Arbeitspegel, um damit umgehen zu können. Wenn es mir im Mix danach zu laut wird, mache ich das später mit dem Fader. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Das heißt, wir achten zuerst mal darauf, dass alle Signale so ungefähr einen vernünftigen Arbeitspegel haben, zumindest wenn wir die noch weiter bearbeiten wollen auch. Danach würden wir dann Plug-ins hier reinbringen und auch die verändern ja wieder den Pegel. Ein Equalizer, mit dem ich was rausziehe, würde mein Gesamtsignal ein kleines bisschen leiser machen. Wenn ich mit dem Equalizer was reindrehe, würde mein Gesamtsignal natürlich ein bisschen lauter werden. Deshalb sollten wir auch hier ein bisschen Spielraum haben, damit der Pegel nicht zu hoch wird. Wenn ich die Klangbearbeitung abgeschlossen habe, durchläuft das Signal meinen Fader. Mit dem Fader mache ich jetzt die künstlerische Lautstärke. Hier entscheide ich jetzt, wie laut soll dieses Signal klingen. Und die Fader sollten alle ungefähr natürlich in dem Bereich so um die 0, vielleicht zwischen 0 und minus 20 sein, die meisten Fader, wenn ich es irgendwann geschafft habe, mich so weit hoch zu mischen, das muss ein bisschen lauter, dann das, dann ist das zu leise und dann kleben alle Fader oben, dann ist es natürlich schlecht. Dann kann ich zwar den Master runternehmen, aber ich habe hier keinen Spielraum mehr und kann nicht mehr gut mischen. Und genauso nach unten, wenn die ganzen Fader irgendwann alle hier unten hängen. Unten ist auch der Bereich hier nicht mehr fein aufgelöst, dann mache ich mit einer kleinen Mausbewegung schon 3 oder 4 dB. Also man versucht schon, dass die meisten Fader und vor allem natürlich auch die Fader von den wichtigsten Signalen, also Vocals, sowas vom Instrumental, die wichtigsten Elemente, dass die Fader hier so um die 0, ein bisschen unter der 0 wäre so ein schöner Bereich, wo man auch dann gut mischen kann, guten Überblick hat und mit einem vernünftigen Pegel unterwegs ist. Alle Signale aus den Kanälen werden dann summiert und treffen sich hier im Master. Vielleicht hat man zwischendrin noch ein paar Busse. Oft nimmt man zum Beispiel alle Schlagzeugkanäle. Sagen wir mal, das hier wären alles Schlagzeugkanäle. Machen wir die einmal alle in dieselbe Farbe und dann würde ich jetzt hier einen Bus anlegen. Das heißt, diese dunkelgrünen Signale hier würden jetzt alle durch diesen Bus gehen und erst vom Bus aus in die Summe. Das ist das Routing, das wir machen. Sehen wir auch hier. Bei den Kanälen steht jetzt hier Bus 1 dran jeweils. Das heißt, die treffen sich alle hier. Das ist der Bus 1. Den kann ich auch umbenennen. Sagen wir zum Beispiel, der heißt Drums. Dann würde hier auch Drums dran stehen und alle Signale, die man hier hinschickt, treffen sich hier in diesem Bus. Und der Bus geht hier Main auf die Stereosumme. Ich könnte auch einen Bus in einen anderen Bus schicken. Mehrere Busse in einen anderen Bus. Ich könnte zum Beispiel jetzt einen Bus machen für Snares, einen für Kicks, einen für Percussions und die treffen sich alle in einem Bus, der Drums heißt. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Und so kann man eben auch alle Drums beispielsweise nochmal mit bestimmten Plugins bearbeiten, wenn man nur die Drums nochmal komprimieren möchte beispielsweise. Wenn man eine Session angeliefert kriegt, um sie zu mischen, gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Session ankommt. Meistens sind die heutzutage schon vorgemischt. Das heißt, diese Spuren hier sind schon in dem Lautstärkeverhältnis wie der Produzent die haben wollte. Zumindest ungefähr, sodass man beim Mischen quasi schon an dem Punkt anfangen kann, an dem der Produzent aufgehört hat. Die Signale, die er leise haben wollte, sind schon ein bisschen leiser. Die Signale, die er laut haben wollte, sind schon relativ laut. Die andere Möglichkeit, die wir vor allem dann bei echten Bands haben und die wir auch früher mit analogen Aufnahmen, eigentlich war das der Normalfall damals, ist, dass alle Spuren laut sind. Dass alle Spuren gut eingepegelt wurden, laut aufgenommen wurden, möglichst weit weg vom Rauschen. Aber der Nachteil ist natürlich, die Session ist dann nicht vorgemischt. Das heißt, alle Spuren sind erstmal gleich laut und das klingt natürlich komisch. Und ich fange dann erstmal an, hier Entscheidungen zu treffen, ganz grob erstmal, was muss denn überhaupt leiser werden. Wie gesagt, passiert das eher, wenn man es mit echten Instrumenten zu tun hat, Bandrecording. Schlagzeug ist ein gutes Beispiel. Bei einer Schlagzeugaufnahme gibt es Signale, die danach relativ leise sein werden im Vergleich zu anderen. Wenn ich Raummikrofone aufnehme oder ein Hi-Hat-Mikrofon, wird das vermutlich nicht so laut gemischt werden wie die Bassdrum oder die Snare. Trotzdem pegelt man diese Mikrofone voll ein, sodass die mit einem guten Pegel aufgenommen werden, damit wir eben das Rauschen möglichst weit weg haben. Dann muss ich eben danach im Mischen die Signale möglichst weit runterziehen, bis es eben passt. Bei einer Session, die schon vorgemischt wurde, Beispiel ist Hip-Hop Beats, die man kriegt in Einzelspuren, die sind meistens vorgemischt. Da kann ich eigentlich zuerst mal alle Fader auf derselben Position lassen und dann passt das ungefähr. Weil der Produzent die ja schon so exportiert hat, wie er sie in der Lautstärke hatte bei sich. Also, wie würde ich den Mix anfangen? Ich würde den jetzt abspielen, würde die Vocals als erstes mutend, nur das Instrumental anhören und dann die Spuren, die mir zu laut vorkommen, leiser machen. Bis ich ein grobes Verhältnis habe, wie der Beat funktionieren könnte. Danach würde ich dann einzelne Bearbeitungen machen, wenn ich ein EQ möchte, einen Kompressor mit den Drums wahrscheinlich zuerst, dann den Bass dazu, dann den Rest. Bis der Beat an sich insgesamt gut klingt einigermaßen, dann würde ich den in einen eigenen Bus geben und den schon mal ein bisschen komprimieren. Danach würde ich die Vocals dazu mischen, natürlich auch komprimieren, EQen, die üblichen Bearbeitungsschritte und dann so ein grobes Verhältnis zwischen Vocals und Beat. Und würde immer darauf achten, dass ich hier im Master so vielleicht bei minus 10, minus 15 dB ungefähr mich aufhalte. Plus minus, aber nicht ganz oben dran und auch nicht irgendwo ganz unten, sondern hier im Master schon gutes Verhältnis. Und danach sollte der Mix eigentlich passen. Danach kann es mir dann nicht mehr passieren, dass ich hier komplett eskaliere aus Versehen und einen schlechten Pegel kriege. Viel zu hoch beispielsweise. Weil dann, je weiter man im Mix kommt, desto mehr geht man ja in die Kleinigkeiten und macht keine groben Änderungen mehr. Früher habe ich Mixe so begonnen, dass ich wirklich einzelne Spuren erst mal solo höre, überlege, was könnte man damit machen, wie könnte man diese Spur verbessern. Dann mache ich mittlerweile fast gar nicht mehr, sondern achte schon relativ früh auf den ganzen Kontext und fasse Spuren wirklich erst dann an, wenn mich was stört oder wenn ich im Mix das Gefühl habe, ich könnte hier noch was verschönern. Es kann passieren, dass ich einen Song zu Ende mische und einzelne Spuren kein einziges Mal solo gehört habe. Das kann tatsächlich sein. Bei den Vocals fange ich schon meistens solo an. Um die Störfrequenzen zu finden, finde ich es ein bisschen einfacher, wenn man die ganz am Anfang mal einzeln hört, aber dann auch relativ früh im Prozess beginnt, die im Kontext zu beurteilen. Ich habe noch einen letzten Tipp zum Thema Pegel und Gain Staging. Wenn man mit einem Plugin eine Bearbeitung macht, ändert sich ja fast immer auch der Pegel von meinem Signal. Wenn ich komprimiere, sowieso ändert sich die Dynamik. Auch wenn ich mit einem EQ was reindrehe, wird mein Signal lauter werden dadurch. Wenn ich was rausziehe, wird es ein bisschen leiser. Und wenn ich einen AB-Vergleich machen möchte mit ohne Plugin, um zu entscheiden, ist es überhaupt besser als davor, dann ist es schwierig zu entscheiden, wenn die andere Lautstärke da ist. Weil unser Gehirn findet immer laute Sachen besser. Und um einen vernünftigen AB-Vergleich zu machen, sollte ich das mit demselben Pegel vergleichen. Deshalb, wenn ich ein Signal lauter mache in der Bearbeitung, kann ich mit dem Output-Gain von diesem Plugin ein bisschen runtergehen, bis das mit und ohne Plugin gleich laut klingt. Und dann kann ich einen guten AB-Vergleich machen. Und das ist vielleicht bei einer Bearbeitung, bei einem EQ noch einigermaßen überschaubar. Aber wenn hier gegen Ende vom Mix fünf oder sechs Plugins drin sind, in einer Vocal-Spur beispielsweise, und ich möchte die alle fünf aus- und einschalten gleichzeitig und mein Pegel ändert sich dann um 10 dB, kann ich überhaupt nichts sagen zur Klangänderung, weil mein Signal einfach doppelt so laut wird mit den Plugins. Aber wenn ich in jedem einzelnen Plugin darauf achte, dass die Lautstärke vor und nach der Bearbeitung ungefähr gleich ist, wird es auch nach den fünf Plugins noch der Fall sein. Und dann kann ich alle fünf Plugins an- und ausschalten und kann in gleicher Lautstärke vergleichen, wie klingt mein Signal mit und ohne Bearbeitung. Und das finde ich eine Riesenhilfe, insbesondere am Anfang, wenn man sich noch nicht ganz sicher ist, ob die Änderungen, die man macht, überhaupt eine Verbesserung darstellen. Und je mehr man Erfahrung kriegt im Mischen, desto mehr kriegt man da auch ein Vertrauen und kann dann ein paar Entscheidungen auch vielleicht fast blind treffen. Aber auch da schadet es natürlich nicht, A-B-Vergleiche zu machen und hin und her zu schalten. Und auch wenn man lange gemischt hat, die Ohren ein bisschen müde werden, ist das natürlich schon ein ganz wichtiges Thema. Soweit zum Thema Gainstaging. Wenn ihr Fragen dazu habt oder konkret Probleme bei dem Thema habt, dann gerne in die Kommentare. Ich versuche immer zu helfen. Danke. Musik